Hey Leute, hinter mir seht ihr nochmal all die Karten, die ihr gewinnen könnt. Das einzige, was wir dafür schaffen müssen, sind 1000 Abonnenten bei YouTube. Das nächste Video, was dann sofort online geht, ist direkt die Verlosung, wo ihr die Karten gewinnen könnt. Pokémon-Karten im Wert von weit über 500 Euro. Klaren Favoriten sind die Psyana von Max. Ich bin nicht reingekommen, mit 150 Euro wert. Holt euch die Karten, schreibt in die Kommentare, welche ihr wollt. Und vergesst nicht, Video teilen, Pluswerk machen, YouTube geben und Abo dalassen.